Aliti probiert Rohnen, schickt Rohnen. Super, geht damit! Alle, das sind Elfmeter! Das muss Elfmeter geben und da kommt auch! Der erste Offizielle, Luca Piccolo, zeigt sofort auf den Elfmeter. Ja! Und wir haben wieder einen Penalty. Ja, wieder einen Penalty. Wir haben eigentlich angesprochen, wir möchten gerne mal das Ohr aus dem Spiel rausgesehen, aber wir nehmen den Penalty noch so gerne. Ledi läuft an. Schuss! Ja! Ja! 1 zu 1! Genau so! 1 zu 1! Und der Bledjan macht da sehr reing in die Linke Ecke, weil er beim Keller an sich verbaut. Ja! Genau so, wenn man es sieht. Bledjan Grasdicci, 29. Spielminuten trifft an zum wichtigen 1 zu 1.